ein herzerweichendes und äußerst leises hallo hallöle im aufbau von minecraft es ist abends 10 nach 1 ich muss verhältnismäßig leise sein und ich bin sowieso viel zu fertig für eine aufnahme so sieht das aus nun man mag sich die frage stellen warum ist das so ja das ist einfach ich erkläre es euch gleich sondern die mehr 80 wenn man so komplett mitnimmt und ich bin müde viel zu müde für den scheiß hier viel zu müde für den scheiß keine monster keine monster ja es ist wieder so weit wir haben auch wusst und es gibt es in meiner heimatstadt ein großes weinfest somit eigentlich das aber da kann man sich drüber schreiten ist es jetzt wirklich so oder ist es nicht aber kritiker meinen ist sei das größte weinfest überhaupt also zumindest europas weiß nicht ob es das größte weinfest der welt ist aber es ist schon was schon geile scheiße ist es schon wie du geile scheiße so jede menge stein 1000 knapp gedrückt nehmen wir den fall stehen wollte ich ja und da komme ich gerade her es ist es ist zehn nach eins sehr spät also also naja normalerweise ist es für mich nicht spät aber sag mal an betracht der umstände ist das spät deswegen werde ich jetzt auch nur eine folge aufnehmen und auch nur damit diese eine folge rechtzeitig veröffentlicht wird sind weil es nämlich ja wenn man so will der abend vor tag der veröffentlichung ist beziehungsweise wenn man strikt nach uhrzeit geht wenn um 0 uhr der tag wechselt ist es schon der gleiche tag boah das bild verschwimmt vor meinen augen ich bin heute morgen um sieben und halb acht aufgestanden das heißt ich bin sowieso schon müde und dazu kommt jetzt noch der wein und die späte uhrzeit also also wie gesagt es ist eigentlich nicht spät aber ist aber wenn man diese menge wein getrunken hat dann ist das spät und ich sehe nämlich eigentlich tierisch nach meinem bett aber das muss halt jetzt noch dass ich das dann morgen hochladen kann und dann auch veröffentlichen kann damit das rechtzeitig am samstag noch da ist das das machen wir mal zu hier das ist ja albern so deswegen äh ich hab auch die karte von Hogwarts gar nicht offen hoppla sondern hab jetzt beschlossen naja dann werden wir jetzt diese eine folge die ich aufnehme hier ein paar steine legen wo hier halt eben lücken sind und wenn da noch zeit über ist mit der wir nichts anfangen können dann weiß ich vielleicht erde schaufeln oder so auf jeden fall nichts großartiges hauptsache jetzt ist eine folge da ich auch der ganz falsche ansatz ich mach scheiße weil ich hab keinen bock hauptsache es ist was da wir sind jetzt beschäftigt wunderbar können wir gehen einer von beiden wird schon gewinnen ach ich bin echt müde ey ich bin fertig jetzt mit der welt es geht voran mit den renovierungsarbeiten für die wohnung jetzt nächste woche mal losziehen und die dinge mit strom und internet und allem klären bis das auch mal erledigt wird du geh mal schön weg hier das finde ich jetzt ein bisschen unfair also ganz ehrlich also wenn ihr mich fragt meiner meinung nach sollte ein creeper nach dreimal schlagen definitiv tot sein also das ist jetzt dreist das ist echt dreist das haben wir so nicht bestellt ist jetzt auch grad ein bisschen unbequem zugegebenermaßen weil ich mir jetzt nicht die mühe gemacht habe ich hab ja jetzt hier nur so einen kleinen Couchtich hier vor meiner Schlafcouch stehen normalerweise habe ich so ein Lipsbrett wenn man so will um hier meine Tastatur drauf zu legen das habe ich mir jetzt mal gespart das Zeug liegt nach wie vor auf dem Couchtich hier ist jetzt hier eine etwas unbequemer vorgebeugte Haltung das ist auch nicht so das gelbe vom Ei und die schnellen Bewegungen verschwimmen leicht vorm Auge ich bin glaube ich echt ein bisschen fertig boah ist wo daneben hoppla so das war sich so nochmal offen müssen wir nochmal drüber nachdenken was wir damit machen da haben muss ja überall auch der Stein raus da habe ich aber glaube ich naja ein bisschen spitzer habe ich das ist mit Sicherheit auch noch ein Raum da sind auf jeden Fall die Bäume hier weg dann können wir die auch schon mal hacken naja wird schon gucken ja wir haben also die ganze Bude die muss halt auch noch irgendwo ein Stück weit wenn man so will general überholt werden jetzt im Schlafzimmer die Tapeten abgerissen und äh ich bin dazu fertig äh 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 tapeziert ey bei uns immer ist gestrichen werde ich aber wahrscheinlich schon mal drüber streichen müssen das soll nicht reichen und ja Küche ist noch ein Problem da müssen neue Fliesen rein und die alten bin ich jetzt schon am abkloppen aber da bleibt am Ende ganz viel Fliesenkleber übrig bei dem ich noch nachdenken muss wie ich den da rauskriege Fliesenkleber darf man ja äh ich hätte sich so vorstellen wie wie Uhu oder sowas ne Patex, was weiß ich mein Fliesenkleber ist mehr so eine Mörtelmasse die wenn sie fest wird sich ungefähr verhält wie Wetterung sowas zementartiges und der bleibt noch raus schlagen der Fliesen natürlich auf dem Boden erhalten also so Bodenfliesen und bevor man neue Fliesen legt muss das Zeug natürlich weg und da entsteht dann das Problem dass man nicht so genau weiß wie man das Zeug ausregen will mit Hammer und Meißel das gut das kann man machen natürlich kann man machen ist aber scheiße ne deswegen brauchen wir da irgendwie noch eine gescheite Lösung um das Zeug wegzukriegen lustigerweise ist davon einiges abhängig denn sowohl rausschlagen als auch neu setzen äh 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 Entschuldigung von Fliesen macht äh ziemlich viel Dreck und äh dementsprechend wollen wir eigentlich noch nichts bauen quasi was äh ja ja also so so Wände streichen äh tapezieren oder so das macht man im Idealfall alles erst wenn diese Drecknummer erledigt ist also wenn die Fliesen liegen äh das heißt bei dem was in dieser Küche noch zu tun ist müssen wir jetzt als erstes die alte Küche die komplett ersetzt wird rausschlagen wenn die rausgeschlagen ist wenn die weg ist dann kommen wir auch komplett an alle Fliesen ran dann können wir sämtliche Fliesen rausschlagen den ehemaligen Fliesenkleber entfernen wenn das getan ist dann kann ich streichen erst streichen weil das ja auch Flecken macht wenn das gemacht ist dann können wir das Stück das zu tapezieren das auch tapezieren also also dementsprechend dauert das alles noch ein bisschen lang ist alles ein bisschen kompliziert und vor allem alles abhängig von dem rausschlagen der Fliesen ist halt leider so er stecken ich denke so macht es wirklich schwierig bett und bett und ach schreibtisch stuhl sind naja bezahlt noch nicht zur hälfte bezahlt und zurückgelegt im entsprechenden Möbelgeschäft so ist das also also da ist auch schon wissen was sind die Wege geleitet worden von meiner Wenigkeit also es es geht langsam voran aber es geht voran Schlafzimmer ist bereits tapeziert nahezu fertig weg wollen wir das auch mal einsammeln bei der gelegenheit ach ich bin echt müde mir fallen die Augen zu oh ich hab noch Hunger so aber gut wie gesagt eine Folge machen wir weil wir die brauchen morgen oder heute oder jetzt oder gleich sofort ähm die ist aber schon so gut wie erledigt so wo bin ich denn jetzt eben runtergefallen weil da hab ich schon ganz viel Stein rausgeschlagen so dass ähm da nicht nur noch Stein rein muss das hab ich hier wenn man jetzt nicht hier war wo war das denn dann dann auch noch Stein raus dann auch noch Stein raus ich mach jetzt meine Spitzverkehr nicht mehr sonderlich lange mit sehe ich gerade ja gut vielleicht gebe ich einfach äh bezüglich meiner Wohnung weil da gibt es schon ein bisschen was zu berichten äh in meinem intensiveren Bericht in einer der nächsten Folgen im Moment ich bin gegebenermaßen zu müde für so schwarz ich bin echt müde leck mich aber auch ich bin leck mich aber ich bin schmühler tack tack das ich glaube ich werde das nicht mehr rausfinden wo ich da jetzt eben Steine weg gehackt habe wo wir jetzt eigentlich normale Steine drauf müssten das sieht eigentlich alles hier lebe ich auch ziemlich normal aus und die Sonne geht wieder runter da du bist ein Drecksack da du bist ein Drecksack da ist er hin da ist er hin da ist er hin ach wie das ist ich bin auch ich bin auch nicht handlungsfähig hier in der Ecke ich bin auch nicht handlungsfähig hier in der Ecke ich bin auch nicht handlungsfähig hier in der Ecke irgendwas was ich wegschmeißen kann weil das Signal nicht braucht wer ist da ich bin lieber die Erde mit so ich bin auch ganz viel Erde hier lohnt ja direkt naja wir haben nur so die Sonne ist mittlerweile runtergegangen es ist schön dunkel es ist schön dunkel das mir aber immer noch egal ich lege noch ein paar Steine das ist der der Turm über den wir jetzt jedes Mal Richtung Lager laufen der kann dann auch immer weg bald so komme ich hier wieder hoch nö ne ja aber runter geht shit jetzt habe ich mir den rückweg versperrt hier lange hin noch wenn ich jetzt gleich nochmal den Baum wegkacken könnte egal hier waren wir so machen wir das auch noch dann sind es auch schon nur noch zwei Minuten hoppla wieder runtergefallen dann machen wir es jetzt von unten dann gehen wir auch schon gleich schon wieder ins Bett und dann ist auch die Folge schon wieder rum und dann ist auch die Folge schon wieder rum und dann wir auch nicht gehen wir also wie ich wir liegen entspannt ins Bett und schlafen ich bin vollkommen fertig ich bin vollkommen fertig nah durchkommen hoppla das unten wegkackern und dann die Hölle los aber lass das Das geht ja nicht. Jetzt aber. Ihr merkt auch, ich bin ein bisschen leise. Das liegt an der Uhrzeit und daran, dass ich im Moment gerade mal aus gegebenen Gründen nachts nicht so rumplörken kann, wie ich das gerne würde. Deswegen ist das alles so. Aber das macht nix. Ach, nur die Schnauze. So, warum das so ist, weiß niemand. Ist aber auch egal. Jetzt sind wir mal Zeit, ins Bett zu gehen und zu pennen. Und dann mache ich auch schon wieder eine Aufnahmepause. Das war jetzt hier die eine Folge, die ich dringend gebraucht habe. Beim nächsten Mal gibt es, denke ich, hoff ich wieder eine sinnvolle, richtige Aufnahme. Ich denke mal, ich werde jetzt im nächsten kommenden Abend nicht so biebig lang abends in meinem Haus sein, sondern werde dann... Ja, vielleicht dann nach demnach. Vielleicht dann morgen noch eine Aufnahme machen. Vielleicht auch ein bisschen ruhiger sein, ein bisschen stiller, aber dann wieder ein bisschen länger, ein bisschen richtig. Das war's jetzt erstmal für heute. Das reicht mir jetzt schon. Ich trau mich ins Bett. Es war jetzt nur eine folgende, sehr kurze Aufnahme. Beim nächsten Mal wieder mehr. Bis dahin einfach mal tschüssi wieder.